Als ich ein junger Manager war, da war Wandel ein episodisches Ereignis. Dafür hat man Lagerhaltung gehabt oder ein Notfallaggregat oder man hat eine Personalrampe bei Produktneueinführung aufgebaut. In den 90er Jahren ist Wandel im Grunde ein ständiger, inkrementeller Prozess gewesen. Man hat darauf als Unternehmen reagiert durch die Öffnung der Strukturgrenzen. Leih- und Zeitarbeit, Mergers und Akquisitionen, strategische Allianzen. Man hat sozusagen Wandel inkorporiert, indem man flüssig geworden ist in seinen Strukturen. Und heute haben sie zusätzlich zu den anderen zwei Formen des Wandels natürlich auch noch den disruptiven, zum Teil zerstörerischen Wandel. Dass Energiekonzerne gerade mal neun Monate, nachdem sie dem Parlament die Laufzeitverlängerung der Atommeiler abgepresst haben, sozusagen vor der Energiewende stehen. Dass ein Murdoch der Medienzar Englands durch Bespitzelung und Abhörskandale sozusagen fast seine License to manage verliert. Dass eine Siemens durch den Korruptionsskandal schier an die Grenzen der Existenz kommt. Dass eine France Telekom durch die Selbstmordserie zwei Milliarden verliert. Das sind im Grunde disruptive Veränderungen, die eine ganz andere Form des Umgangs mit Wandel fast eigentlich intellektuell erzwingen. Das ist eine Ausgabe von Wandel.